ja hallo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft freedom und mit dabei haben wir wie ihr seht die marie ja ich habe gedacht wir machen so eine ganz kurze folge zu silvester also jetzt wenn ihr wenn alles klappt hat ist die folge genau um 0 uhr online gegangen und ja ich habe halt hier so ein kleines feuerwerk vorbereitet ist vielleicht nicht so viel sind überall hat ein bisschen was drinnen aber als verschiedene effekte und es darum geht es ja und ja und dann kann die marie eigentlich auch ohne viel rum zu labern den hebel tätigen kommen hier auf die seite am besten und dann gucken wir direkt nach oben was dann passiert ja und dann würde ich sagen dass wir an oder auf ein großes neues jahr ja das ist viel geiler als habe ich letztes jahr das feuerwerk ja die frieden farben habe ich diesmal auch genommen ja gut das war es anscheinend ich hoffe es hat euch gefallen dieses kleine feuerwerk zu marie machen wir denke ich war anfang nächstes jahr oder so eine folge wenn die fertig wird mit ihren bauwerk ich sage dazu noch nichts was sie baut sie baut aber was richtig toll ist und da ist ja auch schon ziemlich weit und deswegen dachte ich mal da können wir irgendwann mal eine folge drüber machen also das mal zeigen und halt noch zeigen was es bei anderen mitgliedern so gelaufen ist quasi so ja so was hat passiert ist so jetzt letztes jahr quasi von den anderen mitgliedern vielleicht mal irgendwie so eine folge zusammenschneiden dass wir zu jedem mitglied irgendwie die noch aktiv sind zumindest so sachen zeigen und ansonsten wenn es euch gefallen hat drückt einen daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten mal